In diesem Guide zeige ich dir, wie du alle Astronomie-Altäre in Hogwarts Legacy finden kannst. Davon gibt es insgesamt 15 Stück und wenn du alle 15 gefunden hast, dann bekommst du dafür das Outfit des Sternenseers. Das besteht aus Schal, Ensemble und Umhang. Und das erste Sternenbild, das bekommst du in der Main Quest 29 und zwar ist das die Unterrichtsstunde Astronomie. Du musst dann in der Quest einfach nur das erste Astronomie-Bild finden. Du kommst dann ganz automatisch im Verlauf dieser Quest hier an den ersten Altar und dort bekommst du dann sozusagen auch erklärt, wie das Ganze funktioniert. Du hast dann ein Sternenbild, du musst dann einfach ran- oder rauszoomen und du musst natürlich auch das Teleskop dann noch so drehen, dass es von der Position passt, dass dieses Bild tatsächlich auch mit den Sternen übereinstimmt. In dem Fall haben wir jetzt hier die Leier gefunden, haben damit das erste von 15 Sternenbildern erfolgreich abschließen können und machen uns jetzt auf den Weg, in der Open World die restlichen 14 Sternenbilder zu finden. Und ich mache das jetzt einfach so, ich zeige dir immer erst mal auf der Map, wo du das Ganze finden kannst und dann zeige ich dir natürlich auch noch im Detail, was du machen musst, damit du tatsächlich auch das Teleskop so ausrichtest, dass du das Sternenbild dann sehen kannst. Denk immer mit daran, du kannst die Altäre nur dann freischalten oder aktivieren, wenn das Ganze auch bei Nacht passiert. Das bedeutet also, manchmal kann es sein, dass wir gerade den Übergang von der Nachtphase zur Tagphase haben und dann siehst du aber auch unten angezeigt, dass du den Altar in dem Moment nicht freischalten kannst und dann skip einfach über das Hauptmenü bzw. hier über die Karte per R3 auf der Playstation. Dann solltest du auf jeden Fall an dem jeweiligen Altar auch das entsprechende Sternenbild dann freischalten können. Ich wünsche dir jetzt weiter viel Spaß bei dem Guide und natürlich auch viel Spaß weiter beim Zocken und ich würde mich natürlich auch freuen, wenn du bei einem weiteren Video hier auf dem Kanal wieder mit am Start bist. Also in diesem Sinne, hab viel Spaß, hau rein und mach's gut! Also in diesem Sinne, hab viel Spaß, hau rein und mach's gut! Amit war bestimmt schon mal hier. Also in diesem Sinne, eigentlichehh! Also in diesem Sinne, weil ich schon viel Spaß mit dir ohne Stelle! Ich mag doch auch viel Spaß! ... .... ... ... ... ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Amid war bestimmt schon mal hier. ZDF, 2020 Magst du schmerz, hm? ZDF, 2020 Hier ist einer der Altäre, die Professor Shah erwähnt hat. ZDF, 2020 ZDF, 2020 Dieser Ort hat schon bessere Tage gesehen. ZDF, 2020 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 ZDF, 2020